Ich erinnere die Niemce, in einem 40. Jahrzehnten. Und die Niemce sind erinnert und haben bald gemacht. Sie haben ihn erinnert, auf einen Goss. Alle Jeden. Wie viele Jeden waren? Der, der sich aus dem Tag läuft, mit Röwey Malchumme. Es ist geblieben so in Tulcain. Es ist geblieben in Tulcain am 7. Dekabria, in einem 40. Jahrzehnten. Und wir waren in Tulcain, auf einen Goss. In der Schule. Und wir haben gesagt, dass die Jeden eine Krankheit verletzt. Die Jeden. Und wir waren in der Böderland. In der Böderland, wir waren in der Böderland. Und wir waren in der Stuttische Böder. Ja, in der Stuttische Böderland. Aber wir waren in der Böderland. Wir waren in den Tasten gemacht in die Köln. Wir waren in der Stuttische Böderland. Und wir waren in der Stuttische Böderland. Wie sie? Böderland. Böderland. Böderland! Böderland. A jüdischer Böderland. Na, na. Und wir waren in der Böderland. Und wir waren in der Stuttischen Böderland. Und die Jeden trugen die ganzen Köln. Die Zutaten. Er hat gesagt den Namen? Ja, der Biletski. Wir haben alles gemacht, im Boot, und wir haben zurück in die Schule. Die Schule ist Nummer 2. Es gab keine jüdische Schule? Nein, es gab keine jüdische Schule, aber auch immer. Wir haben jetzt hier herangetrieben und wir haben zwei Etappen in zwei Etappen. Es gab keine so viele Menschen, wo es um sich nicht zufrieden hat, in einer Etappe trefft. Und wir waren mit der ersten Etappe. Wir haben uns getrieben, in den Ballottes, in den Regen. Wir haben das sieben Tag, im Dekaber, im Dekaber. 41 Jahre. So haben wir uns getrieben, wir haben uns herangetrieben. Wir haben keine Orten gewesen, wie wir trappen, wo wir trappen. Wir haben uns herangetrieben nach Karl Chosan, wie sie gestorben haben, die Kiel, im Pferd. Und dort sind wir... In der Stoll? Ah! In der Stoll! In der Stoll, da! Da sind wir übergeschrieben, denn auch dort, in der frühen geborenen Trevoge, der erste Menschen, um sich gestorben dort. Das war ein wenig kalt, nass, dann sind sie ausgestorben. Das haben wir zu schön geboten, und da sind auf dem Weg. Sie,